Die News aus dem Trainingslager des FC Hansa Rostock, präsentiert von German Pellets. Wir heizen ihre Rendite an. Nikolaos Ioannidis bei mir heute für die drei Fragen. Nikolaos, ich frage dich auf Englisch, haben wir gerade ausgemacht und ich versuche das gleiche zu übersetzen. Nikolaos, heute spielst du Fußball-Tennis nach der Woche in einem Trainingscamp. Gibt es Fußball-Tennis als technischer Spieler? Ja, ich freue mich. Wir spielen in Grieße und jetzt spielen wir hier. Für uns ist es sehr glücklich, es zu spielen, es zu genießen. Wie fühlst du dich? Du sagst, dass das Trainingscamp sehr hart ist. Wie fühlst du dich nach dieser Woche nach dieser Woche? Wir kamen von Weihnachten, wir hatten 10 Tage Freude. Ich glaube, es ist normal, dass wir ein paar Schmerzen haben. Wir fühlen, dass unsere Schmerzen sind hart. Aber ich glaube, das Trainings sind hart. Aber es ist gut für uns, die Saison mit mehr Fisch-Situationen zu beginnen. Und mit mehr Runden, mit guten Runden in den Spielern. Ich habe ihn gefragt, wie er sich fühlt jetzt nach diesem Trainingslager. Er hat gesagt, dass nach 10 Tagen Urlaub es natürlich schon hart ist und er entsprechend schwere Beine hat. Aber natürlich ist es notwendig, um einen guten Start für die Liga zu haben und die Kondition zu haben, um dann in der Liga durchzustehen. Und die letzte Frage. Nikos, was sind deine Gäste für das neue Jahr? Es ist persönlich 2014 und für das Team Hans-Arostock. Ich hoffe, dass wir gut spielen und das Team helfen. Und DFS Go ist sehr gut für mich und für das Team. Aber das neue Jahr... Ich glaube, es ist früh, um das neue Jahr zu sprechen. Ich möchte das erste Spiel sehen, wie ich anfangen werde. Aber ich hoffe, dass ich mit Goals anfangen werde. Ich habe ihn gefragt, was seine Ziele für das neue Jahr sind 2014. Er selber möchte gut spielen, der Mannschaft helfen und natürlich Tore schießen. Aber viel wichtiger ist es, er möchte gar nicht so weit nach vorne gucken, sondern die ersten Spiele da gut reinzukommen und natürlich hoffentlich dann auch sofort ein Tor schießen. Nikos, vielen Dank. Zum Abschluss etwas auf Deutsch. Sag mal Hallo Hansa-Fans. Hallo Hansa-Fans. Kommt ins Stadion. Kommt ins Stadion. Kommt ins Stadion. Komm ins Stadion. Kommt ins Stadion. Kommt ins Stadion. Kommt ins Stadion. Vielen Dank.